Chief Gaines, Sie waren an über 600 Rettungsaktionen beteiligt. Das ist ziemlich rekordverdächtig. Arison meinte, du fährst mit Black ein paar Tage weg? Ja, morgen geht's los. Ich fahr sie zurück zum College. Unglaublich, dass sie schon aufs College geht. Ich weiß. Hallo, Schatz. Hi, Dad. Hi. Alles in Ordnung? Ich wollte mich bei dir für mein Verhalten von gestern entschuldigen. Nein, Ray, das musst du nicht. Doch, Emma. 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 Oh, mein Gott. Diese ganze Landmasse wird sich verschieben. Sie glauben, der ganze San Andreas Graben könnte aufbrechen? Geht an Entdeckung! Ja, das ist genau, was ich befürchte. Ich hole sie jetzt raus! Wir können es weder aufhalten, noch uns darauf vorbereiten. Es wird globale Auswirkungen haben. Oh, mein Gott. Auf den Boden! Entdeckung! Ich hab dich lieb, Dad. Du wirst jetzt nicht aufgehen! Ich hab dich lieb, Dad.